Willkommen zurück zu Mario & Luigi Starlight Island Adventure! Und da hinten sehen wir schon Bowser und da ist Chip! Aber wir gehen jetzt erstmal in die Koopa-Kurve. Kaff kann es ja nicht heißen, würde ja mit C geschrieben werden. So, let me see what there is. Okay, habt ihr das hier sehen. Da packt ihr die Plays aus. Und du hinter mir. Ich bin viel zu früh wieder. Da war ich so froh, dass ich an den Dingern vorbeigekommen bin. Und dann springe ich nochmal voll rein. Hepp! So, Gott, das war ein bisschen... Das war ein bisschen laut gerade. Warum drücke ich jetzt Pause? So. Kennt sich jemand mit Musik aus? Ich würde gern wissen, wo das herkommt. So. Hä? 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 Oh Gott, ey, das ist ja... Der Schwierigkeitsgrad ist hier echt angezogen worden. Aber nicht so wie bei 8 Joules. Das ist mal schwerer, dann wieder einfacher, dann wieder schwerer wird. Nein, es ist jetzt doch schon seit ein paar Leveln konstant auf einem hohen Schwierigkeitsgrad. Weswegen ich jetzt gestorben bin. Was nicht wirklich schön ist. Geht mal her hier. So. Hepp! Oh Gott. Nee, der war fies. Ich glaube, hier bin ich gerade gestorben, ne? Oh! Okay. Komm mal hier rüber. Oh, wie fies! Oh, genau in dem Moment! Moment! Boing! 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 Wow! 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 Okay. Okay. Alle sind klein. Alle sind klein. Boing! Boing! Vorsichtig! Langsam! Jetzt! 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 Oh, nee. Jetzt muss ich warten. Ja. Nee, da komme ich nicht hoch. Okay. Vereilung. Oh Gott! Ey, das Level hat es in sich, aber das hat... Oh! Oh, ich sehe gerade... Oh, mein Mikrofon. Sorry, Leute. Ich muss mal ganz kurz... Leiser machen. Sorry, falls ich übersteuert habe. Im letzten Part. Ich sehe es eben erst. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Kuba-Kurve 2. Ach, ich verstehe. Das war schon das... Ach so! Ups. Ich habe ein Level vorgezogen. So. Dann schauen wir mal. Tidol Temples 1. Tidol Temples 1. Oh Gott. Jetzt kommt... Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt meine Lieblingsmusik, aber... Dem war nicht so... Da-di-di-di. Oh Gott, nein. He-he. Oh Gott. Wo kommt denn ihr her? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Puh. Geh weg. Äh. Okay. Oh, der ist fies. Der ist richtig fies. Ist noch fieser. Geh mal her, du. Äh. Die Tidol Tempel. Äh. Danke. Aha. Boing. Oh, fies. Jetzt genau in dem Moment ist er wieder... Hat er sich wieder umgedreht. Komm mal her, du. Lalalalalala. Gib mir den Pilz. Sonst nenne ich dich nur noch Knils. Wegen Nils. Ah. Geh mal weg, du. Hepp. Oh, die Sprünge sind aber auch... ...manchmal... ...echt... ...gemein. ...gemein. Huch. So. Okay. Äh. Äh. So. Vorsichtig. Boing. Oh, kaputt gemacht. So. Hier rüber. Oh Gott. Wie fies. Döp, 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 döp. Wie fies. Das sollten sie einführen hier. Döp, 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 döp. Wie fies. Da aber. Was? Von so weit hinten wieder? Hepp. Oh Gott. Langsam. Und hepp. Und langsam. Und hepp. Oh, der war gut. Und ich sollte mir vielleicht die Münzen holen. So. Einfach nur, weil es Münzen sind. Und wir sie gebrauchen können für Leben. Weil wir nur noch neun Stück haben. Und ich nicht weiß, was sonst noch so auf uns wartet. Hier in diesem Heck. Außer der sichere Tod. Von dem mal abgesehen. Tüdelüdelim. Gib mal. Hier, hier. Geh mal Bier trinken. Bis zum Abwinken. Und wenn's kein Bier mehr haben. Dann geh mal wieder home. So. Ah. Ah. So. Noch fünf Münzen. Dann reden wir. Oh, fies. Ich hab's wieder kaputt gemacht. Ach komm. Her du. Schade. Ich wollte dich eigentliche... Ach komm! Wie fies. Wie fies. So. Wenn ich jetzt nochmal sterb, hol ich mir ne Feder. Ich hol mir ne Feder. So. Danke. Danke. So. Ich hab's schon wieder kaputt gemacht. So. Und jetzt? Egal. Hauptsache wir haben den Sprung geschafft. So. Hier bin ich glaube ich vorhin runtergefallen, ne? Und hier ist bestimmt so der nächste Midwaypoint oder sowas. Hep. 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 Schieß. Schieß. Ach der schießt nicht, weil ich genau oben drüber stehe. Huch. Bin ins Loch gefallen. So. Stell dir mal vor, ihr habt ne Freundin. Und habt die betrogen. Und sie fragt euch. Wie, und sie fragt euch. Wie konnte das passieren? Ihr sagt, ich bin ins Loch gefallen. Ich hab schon wieder so scheißkranke Ideen. Und so scheißkranke Einfälle. Ich bin einfach nur blöd gerade. Nein. Niemals, niemals, never ever. Leute. Niemals, wenn ihr in einer Beziehung seid, betrügen. Betrügen ist scheiße. Ich rede aus Erfahrung. Nein, ich hab noch niemanden betrogen. So. Aber das könnte der Grund sein im Übrigen, warum ich äh, Beziehungen gegenüber momentan ein bisschen skeptisch bin. Obwohl ich mich aktuell ja in einer befinde. Ja. Tue ich. Wer das ist, das verrate ich nicht. Es geht euch hier nichts an. Also von daher. Hihi. Man muss ja mit seinen Mitmenschen und seinen Zuschauern nicht alles teilen. Wollt ihr meinen Kaugummi? Da hab ich nur fünf Minuten lang drauf rumgekaut. Mit der DNA könnt ihr mich klonen. Belegt mal. Ihr hättet euren eigenen Foxy. Vorsicht. Vors' Gesicht. So. Rippie, Rippie, Rippie. Okay. Oh. Da hab ich gar nicht drauf geachtet grad. Hier geht's doch bestimmt rein. Oder es kommt ein Ripp an Fisch raus. Äh, ein. Torpedo Ted. Weder noch. Ach, kurz mal kurz. Nase, äh. Jucken. Nase gejuckt. So. Vorsicht. Da unten ist doch bestimmt ne. Ich wollt grad sagen. Alles andere wäre Blasphemie. Blasse Chemie wär das. Alles andere. Dü. 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 Das ist glaub ich Varioland Musik. Kann das sein? So was würde zu Varioland auf jeden Fall passen. Ich mein, ich kenn nur ein einziges Varioland. Das ist Super Mario Land 3, Varioland 1. Oh, oh, oh Gott, nein. Da kommt ich praktisch nicht mehr weg. Denn das ist ganz großer Dreck. Da kommt der nächste Torpedo Ted. Und wir, wir schwimmen einfach durch. La 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 la. Oh Gott, stellt euch mal vor, ich wäre jetzt zu hoch gegangen. Ich wäre jetzt nochmal genau in ihn rein. So. Huch. Spreng. Und jetzt lass mich rüber. Dübel, dü, 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 dü. Wir haben jetzt 19 Uhr. Deswegen läuten die Glocken. Sorry, ich seh's bei dem Wetter momentan nicht an, das Fenster zuzumachen. Ist einfach sonst viel zu warm hier in der Wohnung. Tidal Tempels 3. Den versuchen wir noch. Das ist jetzt Part 8, müssten wir sein, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir nun in Part 8. Aber ich weiß es nicht, denn das liegt außerhalb meines Wissens. Obwohl ich ja im Grunde recht schlau bin, aber das steht auf nem anderen Stück Papier. Doch die Musik, die ist so toll. Lass mich mal hier vorbei. Au, 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 au. Gib mir einen Pilz, la, la, la. Nicht abba... Tschüss Pilz, tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Servus. Servus. Die sind fies hier, die Blumen. So. Oh, 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 oh. Nicht hier sehen. Vorsicht. Kein Pilz für Foxy. Schade. Ich wusste doch, dass die Sache hier einen Haken hat. Aber einen ganz gewaltigen. Okay, ich glaube, hier müssen wir einen Zwischenstopp machen. So. Boing. 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 Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, das da unten sieht mir doch schon recht verdächtig nach Yoshi-Coin aus. Aber ich glaube, wir haben schon einen übersehen. Oder vergessen, besser gesagt. So. Kurz warten. Und durch. Nein! Oh, 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 wie fies. Ich bin... Oh Gott, nein. Scheiße. Scheiße. Okay, wir wenden hier den Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao. Euer Nightbox. Okay, candidat. handlings? Ich denke, die Verlusten auf die Schこれで vorbeigte, Ich bin... Ich bin...